ich interessiere mich auch viel für style und da muss man dann auch das auch durchziehen seht ihr manchmal jemanden an und fragt euch was geht wohl in seinem kopf vor heute ist ja halloween und ich bin großer halloween-fan wie man jetzt kommt es wieder auch mit dem immer gleichen witz das kann ich hab dir noch nie ans bein gefasst schon ein bisschen schwul jetzt warum machst du denn das mit was denn warum isst du denn das stroh weil ich dich mag da ist mehr zwischen uns ist einfach nur freundschaft oh toll ich dachte ich merke es als einziger also ich hab wirklich ne wir machen jetzt mehr als zehn jahre zusammen fernsehen ich hab dich auch mit ganz anderen augen nein nein ich will gar nicht um so einen tatzer um so ein kuss eingehen das hat gar nichts bedeutet es ist wie es ist ich weiß dass du einen namen hast sagt jetzt du bist du mein gefeind um klaas ja den ich jetzt ausmachen ne mein gefeind